Ich bin der Stefan Baumeister, bin 20 Jahre alt, fahre Snowboard und bin aus Rosenheim. Ich habe, wo ich klein war, zwischen 10 und 14 einen Haufen Sportarten ausprobiert, vor allem Fußball, Eishockey, Schwimmen und Snowboarden. Und Snowboarden hat mir irgendwie richtig viel Spaß gemacht, mehr als die anderen, weil ich so viel in dem Herg und dem Hex war und im Schnee. Es gibt eigentlich einen Haufen schönen Platz, aber vor allem ein bisschen weiter oben, weil da haben die Berge ein bisschen höher, da ist mehr Schnee. Aber auch im Sommer gehe ich da richtig gerne Radfahren und Rack gehen. Ja, mein Geheimtipp sind die ganzen Hütten, weil da gibt es immer richtig gute Nachspeisen. Genau, vor allem die Schlüpfkropfen. Ja, weil bei uns draußen in Rosenheim, da ist es eher ein bisschen flach und wenn, dann wäre es ein bisschen hügelig. Aber hier hat man einfach von riesigen hohen Berg im Norden oben bis Lienz runter, wo es dann ein bisschen niedriger werden, aber dafür ein bisschen schnitziger und markanter, hat man da einfach alles und das habe ich richtig gerne. Ja, eben weil ich immer hier bin, wenn ich Sport mache, das wo mir einfach das Liebste ist, habe ich da einfach immer nur positive Gefühle hier in Osttirol. Eben als erstes sind die schönen Umkehrgelandschaften, die wir ins Rink nehmen und dann die Nachspeisen hier auf die Hütten. Ja. 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 Ja.